Das Schöne ist halt hier auch, wenn wir jetzt Snicks sehen, dass ihre Mit-Mit-Fuzzis angeschossen werden von einem. Dann wissen die direkt, ne? Mit dem ist was nicht richtig, den müssen wir ja schießen. Das war, glaube ich, im Original auch nicht. Aber jetzt haben wir hier eine gute Menge an Mudaken gerettet. Ähm. Und können jetzt wieder zurückgehen. So. Und das Schöne ist, wir haben, um zurückzukommen, haben hier noch so einen schönen Portal gedönst. Dann müssen wir nicht den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Sondern komm hier raus. Yay! Ja genau, gib mir das mal noch. Wunderbar. Normalerweise müssten wir jetzt alles hier haben. So, hier hinten war einer, ne? Ja. 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 Die sind kaputt. Oh! Nee. Jetzt müssen Sie sich hören ja nicht. Weil der rechts ist. Ja. Weil er rechts ist. Er ist rechtsradikal. Oh, das wollte ich gar nicht. Hm, was mach ich denn jetzt mit dem? Ah, ich will mal gucken, ob das immer noch funktioniert. Ja! Okay. Als man von oben in die Fleischsäge reinspringt. Ich hab den noch nicht mal gesehen! Pisser. Toll, was mach ich denn jetzt mit dem? Ich hab so meinen Kringel verloren, aber... Lieber so. Okay. Oh, 204 haben wir schon. Ach so, die kam da raus, genau. Wir können die hinten auch noch bereinigen grad. Okay, sind wir noch null Opfer? Man weiß ja nie, ne? Okay. Okay. Dann hatten wir soweit alles fertig. Dann leg ich grad noch den Hebel um. Okay. So. Und dann geht's hier hinten weiter. Ach so, die geht ja nicht runter, genau. So. Wunderbar. Ich hab das Gefühl, wir haben einen verloren, aber wir haben jetzt glaube ich 91. 90. Ding, 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 blub. Na gut. Dann. Vorbei an den Wachmus-Ape gelangen. Bla, 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 bla. So. Und wie ihr seht, ist jetzt hier oben kein Mudak mehr, weil dann hätten wir den einen am Anfang verpasst. Zulag 2, Düsselorte, Öd und Leer, wenn doch hier kein Mudak mehr wär. Da wir jetzt hier in Zulag 2 sind, möchte ich gern wissen, ob ich vorhin alle hab. in Zulag 1. Zum Glück sind die Ladezeiten ja hier nicht so lang. Zulag 1. 100%. Supi. Äh, gut. Da haben wir glaube ich überall 100%, ne? Ja. Dann spielen wir direkt weiter. Ich bin grad ein bisschen froh, dass ich die 100% hab. Ich hab mich voll in den Arsch gebissen, wenn wir die einen Paar da in dem... Die einen Paar vor allem, die neun Stück oder wie viele das waren, wenn wir die gefehlt hätten. Bei dem einen Geheimgang, den ich dann noch so nachträglich gemacht hab. So. Läuten brauchen wir nicht. Mann, das brauchen wir nur, wenn unser Slick kaputt geht. So. Okay. Guck mal, da hinten sieht man sogar, wo wir lang gegangen sind. Schön. Ne, andere Richtung. Aber wir können hier ja nochmal gucken. Äh, Zulag 2. Da haben wir jetzt drei Türchen, wie es aussieht. Ja. Und die müssen wir alle gut machen. Oder? Seh ich das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich hab das schon mehr als einmal hingekriegt, von daher kriegen wir das diesmal auch hin. Ich weiß, welche Mudak mir direkt beim ersten Mal gefehlt haben. Und deswegen sollten die 100% hier eigentlich drin sein. Vorsicht, Bewegungsmänner können müßliche Energien unterbrechen. Löse... Bla. Okay, wir müssen hier rennen. So. Ich war, glaub ich, zu schnell. Kann ich zurück? Nein. Dann holen wir uns hier einen. Weil der steht nämlich, glaub ich, auf dem... Ja. Hab ich doch richtig gedacht. Der steht nämlich auf dem Lift drauf. Und da der eine uns nicht hinterhergekommen ist. Okay. Ja. Das wär supergut. Hier sehen wir übrigens... Slick Chat, glaub ich. Ja. So ein Graffiti hinten. Hier oben ist auch noch Graffiti. Da hat jemand den Glacken verschönert mit nem Monockel und nem Schnurrbart. Und nem... Oh, wie süß! Und so nem Gläschen mit Wein oder so. Super nice. Ich muss mal gleich gucken, wenn ich die zwei da rette, was da steht. Weil da steht auch noch irgendwas. Aber ansonsten... Da haben wir hier unten alles soweit. Und dann holen wir mal alle. Was soll das heißen? Ich weiß es nicht. Aber ich finde das toll mit dem Monockel und dem... dem Wäschen. Das ist toll. Oder ich weiß es nicht. Oder ist das irgendwie was von wegen Up Your Ass oder irgendwas? Ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt dreimal Blitzy-Blitzy, glaube ich. Ja, dreimal, weil wir neun Houdaka gerettet haben. Und damit müssen wir jetzt recht vorsichtig sein. Ähm, machen wir erstmal hier. Klong, klong, klong. Ähm. Weil wir die lieben sonst so unten tögen. Äh. Ich glaube, so ist das ganz gut, wenn wir hier so stehen. So, und zwei haben wir noch. Guckt gut aus. Wir dürfen jetzt hier nicht chanten. Beziehungsweise... Oh, wir müssen die alle nach hier vorne holen. Damit wir die nicht im Blick haben, wenn wir hier hinten das kaputt haben. So. Die können nicht sonst angelaufen, die guten. Dann rennen die Bomben rein. Okay. Dann können wir jetzt mitkommen. Jetzt haben wir es verplempert, aber das hätten wir eh nicht mitnehmen können. So, ich hoffe mal, dass hier keiner draufgegangen ist. Aber unten war, glaube ich, ne Anzeige. Man kann auch übrigens oben links runterlaufen, aber... Ich laufe hier lieber. Ja, null. Wunderschön. 76 sind auch da. So. Nummer eins. Finito. Nummer zwei. Okay. Wunderschön. Wunderschön. Ich glaube, ein... Ne, wir müssen uns... Eins, doch müssen wir uns behalten. Haben wir noch welche? Ne, sind nur drei Stück. Dann behalte ich mir alle und gucke mir da einen raus. Wunderschön. Weil der darf den nämlich so angreifen. Yay. Komm zurück. So. Kann ich dich nämlich töten. Und da kommen wir nicht weiter. Ich gucke nochmal hier hinten. Wunderschön. Ich finde, die blaue Anzeige, die hat was. Die mag ich. Oder Türkis. Es ist mehr Türkis, ein bisschen. Da oben sieht man auch gerade übrigens, dass da ein Slick rumläuft. Und da hinten auch. In der Mitte. Das ist cool. So, ich glaube, jetzt kommt hier einer angerannt. Ne. Waren hier Bomben? Ne, Bomben waren hier keiner. Okay, warum pennt der? Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, da wacht davon auf, aber... Ich hab's ja nämlich sonst immer so gemacht, dass ich nach links gelaufen bin, glaube ich. Ich will mich verarschen. Dann können wir jetzt hier den Heerwilf ziehen. Und das war's. Wunderbärchen! Kommt da alle mit? Ich hab mir noch ein Bömmchen. Und das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Also die sind ja echt unnötig. Aber na gut. Und das war's. Und das war's.